Maria durch ein Dornwald der hat in sieben Jahren kein Laub getragen. Jesus und Maria was trug Maria unter ihrem Herzen für die Lesung. Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen trug Maria unter ihrem Herzen Jesus und Maria da haben die Dornen Hosen getragen für die Lesung als das Kindlein durch die Welt getragen da haben die Dornen Hosen getragen Jesus und Maria schmerzen 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 Untertitelung des ZDF, 2020